Musik 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 Ich glaube, dass in diesem Wahlkampf das Internet ganz besonders wichtig sein wird, nicht nur weil es draußen kalt ist und die Leute nicht so gerne rausgehen, sondern weil man auf dem Weg natürlich sehr schnell viele Menschen erreicht, gerade junge Menschen tummeln sich im Internet, StudiVZ etc. Das ist so das Gängige. Dort sind auch viele Mitglieder der Jungen Union aktiv, haben dort Profile und die Jungen Union geht optimistisch und überzeugt in diesem Wahlkampf. Deswegen werden auch unsere Mitglieder bei Freunden, Bekannten und dort, wo sie andere junge Leute treffen, also nicht nur im Internet, auch im Sportverein, auf Partys, überall dafür werben, CDU zu wählen. Musik Musik